Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ein Kämpfer des Herrn. Wieso wählt der Teufel diesen Menschen und nicht einen anderen? Dad! Die Wahl des Teufels kann jeden treffen. Was die Bibel euch lehrt, ist die Wahrheit. Die größte Gefahr durch einen Dämon droht nicht unserem Leib, sondern der Seele. Liebes? Gott wird ihm zur Seite stehen. Schreckliches, steck hervor. Etwas Böses wird passieren. Er wird dir helfen, Liebes. So etwas ist nie leicht. Capus Domininus Tri Jesu Christi. Oh mein Gott. Daddy, bitte hilf mir! Zeige dich, tritt hervor! Die Auferstehung. Es ist der Antichrist. Verkünde ihnen, ich bin hier. Geist. Die Auferstehung. Ich bin hier. Ich bin hier.